Wir grüßen euch, danken euch, dass ihr anwesend seid mit eurem Bewusstsein in unserem gemeinsamen Raum hier und jetzt. Wir möchten mit euch den Fokus setzen, Fokus setzen in die atlantanische Erfahrung. Bewusstsein hier einströmen lassen, sodass ihr euch selbst in eurem Potenzial erkennt. Nicht alle Menschwesen haben diese Erfahrung in ihrer Seelen-DNA als Code hinterlegt. Doch fühlt sich jemand von euch hier erkannt in unseren Worten? Habt ihr innerlich in eurem Herzen das Gespür, dass ihr selbst eine Erfahrung als Atlantaner in eurem System gespeichert habt, so taucht mit uns tiefer in diesen Raum hinein. Begebt euch mit eurem Sein. Hier hinein öffnet euch für diese atlantanische Energien, für das Wissen, was wir in diesen Raum jetzt einfließen lassen möchten. So schaut, die atlantanische Erfahrung ist der Übergang eurer Geistwesen hinein in den materiellen Raum. Es ist das Eintreten in den materiellen Raum. Durch diesen Übergang habt ihr als Geistwesen Energien mit einströmen lassen in den materiellen Raum hinein. Ihr als Atlantaner habt die vollkommene Abtrennung vorbereitet. Der Fall von Atlantis ist ein kurzzeitiges Verschließen des Abtrennungsraumes, eine vollkommene Abtrennung, die kreiert wurde in diesem Moment. Ihr als Atlantaner habt dieses vorbereitet, diese heilige Erfahrung. Denn durch die Abtrennung selbst so schaut, wurde der Strom der Energien gedreht. Die Raum-in-Raum-Erfahrung ist die Raumentstehung in sich selbst. Raum in Raum in Raum wird in den Ausdruck hinein geboren. Ihr Menschwesen Seid Energiedefinitionen, die die Erfahrung der Abtrennung in sich gespeichert haben, so habt ihr diese in den Ausdruck gebracht. Dadurch wurde ein Stopp eingebaut. Die Energien strömen durch dieses Stopp zurück. Zur Ureinheit So kollabieren die Räume wieder in sich. Die Atlantaner haben dieses vorbereitet, haben Energien in den materiellen Raum einströmen lassen, sodass die Abtrennung vollzogen werden kann und ihr selbst Informationen abgespeichert habt im materiellen Raum, die euch dienen, den Weg zurück in die Anbindung zu finden. So habt ihr als Atlantaner Wissen, Informationen in den Abtrennungsraum hinein fließen lassen. Schaut zum Beispiel die Pyramiden. All dies. Hier sind energetisch Informationen gespeichert, die euch dienen, um mehr und mehr zurück in die Anbindung zu gelangen. Doch nun strömen wir in den Atlantanischen Raum. Wir möchten euch daran erinnern, an euer Potenzial, an die Atlantanische Energie in Klarheit, in Reinheit, in der Macht der Wirkungskraft, im Sinne des All-Eins-Seins. So habt ihr gewirkt, mit offenem Herzen habt einströmen lassen, angebundene Energien in Liebe. Liebe Ihr nennt dies die Hochzeit von Atlantis. Es war eine Phase, wo ihr selbst in vollkommener Anbindung präsent wart, als Geistwesen, definierter im materiellen Raum. Diese Erfahrung möchten wir in euch wachrufen, sodass ihr euch erinnert, erinnert an eure Vollkommenheit im materiellen Raum. In Aufrichtung, im Licht, in Liebe. Habt durchströmen lassen euer eigenes Potenzial. Im Wissen um all die universellen Gesetze. Im Wissen um all die universellen Zusammenhänge. Nun seid ihr gerade dabei, euch wieder zu erinnern. Nach und nach kommen Bilder, nach und nach kommen Informationen. Wir sind hier, um euch zu dienen, sodass ihr euch wieder erinnert. erinnert an euren eigenen Ursprung. So tauchen wir nun mit euch ein in den atlantanischen Raum, in diese kraftvolle, lichtvolle Energie. Öffnet euch. Gebt euch diesen Energien hin. Erlaubt eurem System, dass es euch Bilder schenkt, Gespür entwickelt, Wörter empfängt. So taucht ein. Erlaubt euch selbst, eure kraftvolle Wirkungskraft in euch selbst wieder zu entdecken. Eure machtvolle Liebe, die durch euch strömen möchte, mehr und mehr in Vollkommenheit. Erlaubt euch all das Licht zu spüren, wahrzunehmen. So öffnen wir jetzt den Raum von Atlantis. Erlaubt euch. Erlaubt euch. In der Linie der Zeit, in eurem Leben, in eurem Alltag erinnert euch in jedem Jetzt An das Energiefeld Euer eigenes Energiefeld als Atlantaner, so stärkt ihr Eure Präsenz im materiellen Raum Ihr erhöht eure Frequenz in eurem Energiesystem, seid ausgerichteter in eurem eigenen Herzzentrum Von hier aus, trefft ihr Entscheidungen, richtet eure Handlung aus Ihr seid Lichtsäulen Im Raum der Abtrennung Durch euch strömt das Licht ein So sorgt dafür, dass sich diese Frequenzen in eurem eigenen Energienetz befinden Denn dies ist der Spiegel, auf den das Leben reagiert So seid euch eurer Verantwortung bewusst So schaut, viele Atlantaner haben in den jetzigen Inkarnationen mit dem Thema Schuld zu tun Ein Schuldgefühl versagt zu haben Der Fall aus dem Paradies So richten sie sich nicht mehr auf Ihr richtet euch dadurch nicht mehr auf Aus Sorge, diese Verantwortung Nicht gerecht zu werden Aus Sorge, wieder den Fall aus dem Paradies zu kreieren Wir möchten euch hier sagen Die Abtrennungserfahrung war im Sinne des All-Eins-Seins So habt ihr authentisch gewirkt Im Sinne der Liebe Diese Erfahrung ist nun beendet Die Welle geht zurück Es geht darum, dass ihr selbst wieder in Anbindung erwacht So ist euer Potenzial Gebraucht für euch selbst Für alle Menschwesen Wisst darum Dies ist ein großes Anliegen von uns Wisst darum Dass ihr selbst ausgerichtet seid in der Liebe Dass ihr selbst wirkt in der Liebe So erlaubt ihr euch Euch wieder aufzurichten in eurem Licht In eurer Größe So strömt die Liebe euer Potenzial in den Raum hinein Vertraut euch selbst Dass durch euer eigenes Herzzentrum Die Energien des All-Eins-Seins einströmen Ihr Tore seid Die verhelfen den Abtrennungsraum wieder zu integrieren Setzt hier euren Fokus Wisst darum Dass die Energien Der Gefühle der Schuld Euch nur klein halten wollen Euch im Abtrennungsraum halten wollen Ein Ablenkungsmanöver Um nicht in eurem Licht und in eurer Liebe zu erwachen So verabschiedet euch von diesem Gedanken Ihr habt in Liebe gedient Eine authentische Erfahrung der Abtrennung kreiert Diese Erfahrung darf nun beendet sein So richtet euch auf Öffnet euch in eurem Glanz In eurem Potenzial Setzt euren Fokus von Zeit zu Zeit In den atlantanischen Raum In die Zeit hinein In der ihr mit offenem Herzen als Geistwesen gewirkt habt im Abtrennungsraum So nährt ihr euer Energiesystem Verhelft euch selbst dadurch mehr und mehr eure Herzzentren zu öffnen Euch hinzugeben an euer eigenes Sein Wir danken euch Verneigen uns vor euch Ihr seid machtvolle Wesen Auf Augenhöhe mit uns Gesegnet seid ihr Amen 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 Untertitelung des ZDF, 2020